So, natürlich gehen unsere Ermittlungen weiter, natürlich fahren wir hier, fahren wir dort, überlegen was war, überlegen was wird sein und wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass dieser 2.4.2012 ein Tag mit einem Zugriff sein sollte. Wer da nur störte, war die Polizei, die zum Glück kam und zum Glück lange blieb. Man hat wohl wirklich noch gehofft, ich sag das mal so in ihrem Ganoven-Job, in ihrem Ganoven-Jargon, sie haben wohl gehofft, dass die beiden blöden Bullen endlich abhauen. Was wollen die blöden Bullen da bloß immer zu, ne? Weil die anderen waren ja relativ friedlich und haben im Prinzip nur so getan, als wenn sie was suchen und gewartet, dass die beiden Polizisten gehen. Ein Glück, dass diese beiden Polizisten da waren. Ein Glück, dass sie geblieben sind. Also, wir wussten damals ja nichts von unserer Abmeldung und es ging noch ganz, ganz schlecht und wir waren noch total geschwächt und das müssen die beiden Polizisten auch gemeldet haben. Weil wir hatten wirklich kaum das Stehen und konnten kaum richtig reden. Und auch der Polizisten, mit dem ich unterhalten habe, musste ja merken, dass ich jetzt ganz, ganz anders lege. Musste auch merken, dass ich damals noch nicht richtig das Reden hatte. Und das war wirklich ein Zugriff. Wie gesagt, wir wussten ja nicht, dass wir abgemeldet waren. Man hat alles versucht, wer schlimm war. Man hatte einfach ständig in der Zeit auch das Betäubungsmittel in eine Wohnung stürmen lassen. Dadurch hatte ich immer wieder diese Reaktion, dass ich immer wieder erbrechen musste, obwohl nichts mehr kam. Dadurch war natürlich auch die Denkleistung aller anderen vereinträchtigt, aber das war denen natürlich egal. Also es war ein Zugriff und man war auch im Treppenhaus überall, man war auch in der Wohnung überall. Man hat nur gewartet, dass man noch an uns rankommt bei einer offenen Wohnung. Ohne Polizei natürlich. Man hätte uns so einfach überrumpelt. Das möchte ich doch nochmal einheimdeutig sagen. Es ist erschreckend. Und es ist auch gut, dass die Polizei so gehandelt hat. Dann können Sie sich wirklich riesige Binti noch zur Tüte nehmen. Dann werden Sie noch viel, viel Glück haben mit Sachen, die wir noch rauskriegen werden. Wo Sie dann total versagt haben. Weil Sie wirklich dachten, ich bin ein Blödmann oder das was ich. Da war so in unserer Wohnung vielleicht eine Kalasch, der kommt so vorhin da. Na ja, ich meine, darauf sind Sie ja wohl nur schon selbst gekommen, dass man eine heimende Wohnung irgendwas legen kann. Und dann Polizei kommt und dann irgendwas findet. Ich glaube, darauf sind Sie jetzt endlich auch gekommen. Und vielleicht kommen Sie auch darauf, dass wir das nicht sagen können, ne? Weil das wäre ja wohl das Letzte, wenn wir lügen oder kriminell wären. Das wäre echt das Letzte. Aber von keinem lasse ich mich dazu sowas zwingen. Und du ja wohl auch nicht. Hier hat keiner die Züche und die Macht, uns kriminell zu machen. Und dann hat es uns zwingen, kriminell zu werden. Gut, wir mussten Blanko unterschreiben in den Behörden, wie wir es auch in den Rostock machen mussten. Wenn wir überhaupt Geld kriegen. Aber wir haben auch jedes Mal Anzeigen gemacht. Also, dass man uns geschlagen hat und dazu gezwungen hat und gequält hat. Und Schmerzen zugefügt hat, dass wir unterschreiben. Und das ist eine andere Sache. Jetzt bin ich ein bisschen weggekommen vom Thema. Aber das reicht wohl schon, ne? Oder möchtest du noch was sagen? Ja, ich muss nochmal anmelden. Das war ja schon immer ein Wort, ein Signalwort. Für uns wurde ja mit ihm sonst immer unter unserem Konfort umgeschrieben. Und das Weiteren wurde, dass wir immer so, wie so eine neutronen Stimme, durch die gleiche, durch die Tür gesaßt, bitte machen, raus, weg, frei, alles immer mal gewesen. Ja, wir sollten dabei eben ruhig bleiben. Dann muss ich nochmal verwirklichen. Man wollte uns richtig festhalten und unter Hypnose zwingen und wir sollten ruhig bleiben, ne? Dann bricht unsere Tür auf, man geht in die Gewalt in die Wohnung. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja die Polizei. So, und dann hätten wir verloren. Und so hat man eben gewartet, dass sich zusammenbrechen, beziehungsweise der korrupte Arzt hat gewartet, dass dann noch was passiert und wollte mich mit allen Schikaden einfach mithaben. Also, und was für ein dummer Arzt. So, und ihre Doktortitel sind sich ja sowieso alle los, ne? Die damit zu tun hatten, also. Das werde ich selbstverständlich vorgerichtet, glaube ich, dass die beiden als Sachverständiger, dass sie von Medizin wenig und so gut wie gar keine Ahnung haben. Da brauche ich auch keine neuen Bücher. Keine Angst. Wenn ihr dummen Größen waren, werden sie schon schön verhasteln und schon schön durcheinander kommen und eher gar nichts zu wissen, wie es sich gehört, wenn man nur so einen geringen Verstand hat. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.